Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Baldur's Gate. Wir haben damit aufgehört, dass wir hier aus dem Lager raus sind. Und wir eine kleine Party hatten und da hatte ich dann noch ein bisschen Level-Ups zu tun und hab mich mal ein bisschen ausgerüstet. Ich kann jetzt mitunter auch eine leichte Rüstung tragen. Sehr praktisch. Okay, was machen wir als nächstes? Wir haben ja zwei Tipps bekommen. Einerseits können wir ja hier über den Gebirgspass gehen, der aber sehr gefährlich sein soll. Oder wir gehen halt durch diese Unterwelt. Und für die Unterwelt müssen wir halt wieder in den Tempel hier rein. Und da soll das irgendwo sein. Also wenn wir hier auf die Quest gehen, finden wir einen geheimen Eingang im Unterreich. Wir haben den alten Tempel der Seduli gefunden, also da wo die Goblins sind. Der Eingang im Unterreich muss hier irgendwo sein. Ja, voll super. Wir müssen da wieder rein. Oder halt Gebirgspass. Das mit Tantchen Ethel machen wir eh nicht. Rette den Droiden. Halschen, Halschen, Dankt uns und Sagt. Halschen meinte, dass sie quasi keine irgendeine Bedrohung darstellt. Und so weiter. Und das mit der Krippe hat sich auch erstmal erledigt. Was ich jetzt mal machen will ist, wir gehen mal hier in die Stadt da rein. Oder was auch immer das hier ist, was wir umgegangen sind. Ich will wissen, was da ist. Und dann ein bisschen in die Richtung rauf gehen und schauen, ob wir von da irgendwo da oben ins Lager rein können. Weil ich will nicht von unten rein gehen. Weil sonst müssen wir uns da gegen alle durchkämpfen. Und das ist ein bisschen uncool. Also, probieren wir das mal. Wie gehen wir denn jetzt am schlauesten? Ich würde sagen, rechts und dann irgendwie so runter. Okay, Controllersteuerung. Einmal übernehmen, bitte. Dankeschön. Kommt wir da runter? Uh, da hat's Gutes. Nee, Krab würde ich jetzt auch nicht schänden. Dann gehen wir da mal runter. Naja, okay. Dann sind wir hier wieder. Dann gehen wir den gleichen Weg wie ganz am Anfang mal. Okay. Boah bitte aufmachen. Dankeschön. Ich werde es vermutlich bereuen, dass ich da jetzt einfach reingehe. Aber die Neugier ist größer. Sofern die jetzt überhaupt noch da sind. Nachdem er da ja ein bisschen aufgeräumt hat. Äh, Gold nehmen wir mit. Ja. Also. Ähm. Hmmmm Hmmmm Ja Okay, probieren wir es mal Ist ja easy Ja das würde ich auch mal hoffen Oh, da hätte es mehr von diesen Fässern, ne? Okay Was? Uh, ja, Schnellreise Nice Sind sie da alle fleißig am plündern? Soll ich das? Oh, Holzluke Gehen wir mal runter Immer eine gute Idee in den Keller reinzugehen Ähm Tintenfass, Holztisch Schauen wir mal auf Nö, nix interessantes Was denn? Aufheben Ja toll Jetzt habe ich es Ähm Sekretär, Holztisch Nö, nix interessantes Was? Was? Was habe ich gesehen? Was hab ich gesehen? Nö Moment Eiltrank? Also das ist ein Buch, okay Ähm Ja, jetzt nicht sehr spannend Spannend Aber was habe ich gesehen? Hm Auch nix drin Oh, Hebel Oh, geil Ich habe ein Secret-Button Das war jetzt aber mehr Glück Oh, bisschen dunkel hier drin Ok Okay Ähm Ähm Ich nehme das mal mit Öffnen Ach du Ich sollte Nein, nein, nein Diesmal Nein, nein, nein Ähm, machen wir so. Fehlschlag, okay. Ähm, wir enden. Ja, ist sehr klar. Geil. Ähm, hm, 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 hm. Watt mach ma, watt mach ma, watt mach ma. Haben wir hier noch irgendwas Spezielles dabei? Nee. Leg in das Geschoss. Komm. Okay. Wir gehen mal hier hin. Zu beden. Für das zu lösen. Äh, hm, 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 hm. Kälte, Magierhand. Äh, sie löst treu, mein Verbündeter, den du bedürst, regeneriert. Oh, er könnte einschlafen. Hier bist neun. Ja. Ja. Warte. Stimmt. Das macht ja gar keinen Sinn. Finierte Aktion Rückzug. Bleib mal hier. Okay. Ähm, hm, 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 hm. Entwerfenangriff. Fernkampf. Mach ma hier. 14. Magst du vielleicht grad nochmal raufhauen? Nein. Okay. Wir laufen nach vorne. Erdhaufen. Äh, 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 ähm. So. 18. Bei dir machen wir einmal und bei dir den ganzen Rest. Nice. Wir bleiben. Ja, war ja klar. Nein, mach bitte nix auf. Okay. Gott sei Dank. Danke. Äh, Resistenz. Lenkendes Geschoss. Im Nachteil. Achso, weil wegen ihm. Hm, 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 hm. Heilendes Wort. Gab mir jetzt aber nur 5. Shit. Handlock. Äh, raffinierte Aktion verstecken. Okay. Hinterhaltigangriff. Fernkampf. Nice. Passt. Äh, entwerfenangriff. Nachkampf. Einmal hier bin ich. Fuck. Fehlschlag. Äh, dafür habe ich schon einmal getroffen. Äh, Knochenkelde. Zieht sich auch ein Schlag. Zeigender Strahl. Schleidet 3 Vollstreifen. Jeder Strahl bewegt 2 bis 12. Ist ja nur noch er hier, ne? Ja. Okay. Axt. Nö, brauchen wir nicht. Aber jetzt sollen wir hier mal looten. Uh. Kommst mit. Ansonsten hier drin. Tisch. A-W-S-E von André Götter. Kerte. Sarg, machen wir nicht auf. Ah, ich glaube, das war es hier drin. Moment, wo ist es hier drin? Schaufel. Gehen wir nach da hinten. Wie ging das mit dem hervorheben? Oh, ne? Bla. Ich weiß nicht mehr, wie... Ja, ist ja eigentlich egal. Hier drin noch? Moment, sind wir... Nee. Ziertes Spiegel? Okay. Fässer. Aufmachen. Nix drin. Nix drin. Alles leer. Ja, was du nicht sagst. Ah. Das ist alles verrottet. Nee, das nehme ich nicht. Nö. Und hier? Hmm. 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 Ehm. Ich probiere es auch. Ehm. Ich geh mir zwei. Ehm. Ähm. Was ist das? Und rein? Ich will die sehen, die ich liebe. Ich will dann auch einen Zauberer sein, der mich von diesem Wobel freit. Ich will meine Feinde leiden sehen. Zauberer. Nichts. Das ist ein magisches Ding. Wenn du willst, zerstöre ich das. Ehm. Wir machen oft böse. Ah, schade. Okay. Ähm. Oh, oh. Wir sollten vielleicht weg. Ähm. Wir müssen hier weg. dass tut. Das. ALTER Ahhhh. Das ging jetzt mal gründlich schief. Jetzt können wir das nochmal machen. Shit. Ja, okay. Ich gehe mal da lang. Leck in das Geschoss. Hat nicht funktioniert. Das funktioniert. Ich gehe mal aus. Raffinit ist gut verstecken. Oh, geil. 13 Schaden. Der hat gezwirbelt. Du bleibst. Bedrohlich. Bedrohlich an den Griff fernkant. Über 50, über 50. Wie hast du noch? 5. Und wir hätten hier noch, ich habe weiter beim Auftritt, magische Dunkelheit. Hm. Probieren wir mal raus. Geil. Er ist blind. Wir gehen mal hier hin. Und wir gehen auch mal raus. Wir haben doch auch so geile Pfeile. Ähm. 2 bis 9. Explodiert beim Auftriffen und stößt Ziele um 5 Meter zurück. Hm. Nekrotisch. Gift wird vermutlich nicht viel bringen. Pfeil des Feuers. Ich glaube, das will ich machen. Wind zu dunkel. War bei ihm. Nice. Ansonsten. Soll ich mich schon mal heilen? 10 Punkte sind es nur. Na. Noch nicht. Das war ja klar. Gehst du auf unseren Tank? Jo. Oh, scheiße. Die Kugel kommt wieder. Äh. Immerhin 6 Schaden. Verstecken. Und Nahkampf. Mischen wir mal aus. Shit. Okay. Ah, fuck. Ja, genau. Nee. Das war jetzt dumm von mir. Zu beden. Okay. Ähm. Zerfleischen. Bringt nicht viel Sturmangriff. Hm. Ziel ist zu nah. Schwert. Zerfleischen. Zerfleischen. Sturmangriff. Äh. Etwas mit Angriff. Ja, war eigentlich schon schön. Oh, geil. Kritisch. Hast du... Nö. Okay. Wir müssen irgendwie weg von dem Teil da. zu bänden. Wie kann ich das Teil hier kaputt machen? 100% das Teil da. Weil das Feuer wird vermutlich nicht so viel bringen, oder? Nö. Hat nicht viel gebracht. Okay. Der will hier alle auslösen. Meister, wie schaut's aus? Mündige Position. Göttliche Führung. Das Ziel hat einen Bonus. Mh, 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 mh. Wir probieren's. Hat funktioniert. Gehen wir ein bisschen rüber. Verstecken. Geht's jetzt aus? Darf nicht im Nachteil sein. Na ja, dann halt Schenkelschuss. Geil. Kritischer Fehlschlag. Immer sehr gut. Äh, da hinten komm ich nicht hin. Du bleibst mal so stehen. Fernkampf. Bedrohlicher Angriff. Los geht's. Okay. Ich glaub, wir verschwinden jetzt von hier. Das hat mal gar nicht funktioniert. Ähm. Wieder zurück hier. Schwartress wär vielleicht ne Option. Okay. Der Spiegel hasst uns. Hat sehr gut funktioniert. Äh. Hier drin vielleicht irgendwas Interessants? Nö. Mh, nö. Nix Interessantes. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Uh, aber da hat's ne Kiste. Verschlossen. Dieb. Mach mal deine Arbeit. Äh. Schlussknack. Oh, ja. 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 Und? Was haben wir drin? Uh. Helm, der hast. Trink ich statt. So kann ich mir den Helm der Träger. Drei Züge lang wucht. Hm. Komm mal mit. Ähm. Nehmen wir auch mal mit. Wenn es so was Spannendes... Dann haben wir hier oben. Ah, wo war ich Fischfass? Vier Lagervorräte. Komm mal mit. Äh. Da brauchen wir nix davon. Lass mal... Geh drauf gehen. Hundi! Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Stop this thing! Okay. Ha, 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 ha. Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for rights. Ha, 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 ha. Funny. That's what our birdie wanted. Release me this instant, you... Beasts! Unless you wanna join him up there, you best pay the toll. Tough it up! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Mmmmm. Yo. Jetzt mach mal. Fann ich ja gar nicht fehlen. Ich hab mir schon gefragt, ob da was kommt. Oh, was geht da hinten ab? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Ding hier überhaupt anhalten kann. Oh ja, das nehmach mit. Ja, hat das Ding an Eingang? Oh ja, ah. Ähm, Bremshebel. Hebelbremse lösen. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. Okay. Du willst dazu nix sagen? You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. Okay, da steht, Hebelbremse lösen. Ich will den mal drücken. Ich bremse mal lieber. Das ist jetzt irgendwie geil gewesen. Okay, auf in die Kiste. Oh, Alkibistenfeuer. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Äh, ja. Nehmen wir auch mit. Okay. Wiederrum drücken. Ja, sehr geil. So, ähm. Da. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Oder komme ich da hin? Hier unten vielleicht noch was? Nö. Okay. Das heißt, wir haben hier Dead End. Aber da hinten geht es runter. Da geht es wieder hier. Oh. Danke, dass die Kamera so weit oben ist. Zum Lager. Aber so will ich nicht reingehen. Vielleicht können wir auf der anderen Seite. Oh. Da ist ein Tor. Da ist noch eine Kiste. Naja, nichts drin. Was ist denn mit ihm hier? Ähm. Taschendiebstahl geht nicht. Naja, dann schauen wir uns mal die Kiste an. Auch nix. Okay. Moment. Will ich das aufmachen? Kommt mal hierher. Ähm. Ich speichere mal nur zur Sicherheit. Dankeschön. Mach doch mal da auf. Ich probiere es aus. Ich habe so ein Sterbfasschen. Da wollte ich mitmachen. Ach komm. Wir probieren es. Ähm. Scheiße. Ähm. Man verliert die Aktion. Rückzug. Aber sowas von. Raus hier. Äh. Geht das? Wo seid ihr? Oh, scheiße. Muss ich im Vorteil gegen das Caesar? Muss ich im Vorteil? Ja, ist klar. Geht nicht. Äh. Feuerpfeil. Shit. Ich wollte es doch gar nicht. Vor allem. Wo ist der Rest? Könnt ihr mal bitte kommen? Und ihr auch bitte? Okay. Haben wir irgendwelche Spezial-Items da? Gegenstände? Was ich werde? Nee. Was machen wir? Bedrohlich. Entwaffne da. Vielleicht gegen dich erst mal. Ähm. Das ist erst mal gut. Äh. So. Musst du da rein? Nicht gegen Bewegungsrate. Scheiße. Du kannst dich jetzt gar nicht mehr bewegen. Ähm. Person bezaubern. 18 Meter. Geht auch nicht. Ich wäre einen anderen Vorteil bei Würfen auf Heimlichkeit. Göttliche Führung. Hab ich das? Ja. Nicht genügend Bewegungsrate. Das geht auch nicht. Gut. Heil in das Boot. Machen wir das mal. Und dann werden wir ihn heilen. Zu glänzen. Könnte vielleicht klopfen sollen. Okay. Das ist jetzt etwas, was zwirbeln muss. Vor allem auf sie. Ja. Das war jetzt nicht sehr effektiv. Geh mal hier hin. Mh. Shit. Was mache ich mit dir? Du musst ja die Gänzfahrt von mir, dass es fünf haben. Du kannst versuchen, deine... Ob das funktioniert? 50 Prozent. 60 Prozent. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Rückzug. Weg hier. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ähm... Es ist alles doof. Ähm... Abbildbeschwören. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wie gehen wir hier hin? Zu Bändern. Ähm... Geistern brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Zerfleischen. Oder wir probieren das. Nice. Super. Zubbänden. Oh shit. Stufe zu hoch. Immerhin etwas. Äh... Zubbänden. Ähm... Sollen wir es nochmal? Yes. Hat funktioniert. Bleibs da. Es ist denn... Sie machen sicheres Erleger gegen Zauberer-Effekten. Zustände. Erhält er den Bonus von 1 zu 4 auf Rettungswürfe. Mh... Siehst du jetzt hier am... Ach ne. Sie macht ja das mit dem Abbild. Komm. Krieg dir der Fehlschlag. Geil. Zerfleischen. Komm. Nice. Blutung. 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 Shit. Ist gelungen. Ähm... Zauberplatz. Ähm... Zauberplatz. Soll ich verbrauchen. Zauber. Ruf 2. Das muss wirbeln. Hab ich gesagt. Gebraucht. Okay. Fast. Ähm... Kannst du dich verstecken? Yes. Fernkampf. Äh... Hinterhändiger Fernkampfangriff. Auf. Dich. Yes. Ja. Hättet jemanden angegriffen. 50%. Ähm... Ähm... Naja. Machen wir das normal. Er hat 50%. Er ist trau... Ah na. Wir sind noch dran. Und wir sind im Vorteil. Mann. Shit. Nur noch einen. Mänen. Ja. Sehr geil. Okay. Komm du mal her. Drei Gold nur. Ob das auch irgendwie gegangen wäre, ohne dass ich sie umbringe? Morgenstern. Hm. Ne. Okay. Na dann. Schauen wir mal, was wir hier drin noch so haben. Äh... Der hatte viel Spaß da bei dem Klechtel-Mächtel. Oh ja. Halte. Sieben Temperaturen-Trefferpunkte. Ja. Hör damit. Wollen wir nicht. Hier steh. Nichts Spezielles drin. Aber... Ja. Geil. Ha 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 ha. Habt ihr da einfach mehr in Spaß gehabt? Uh. Mal mit. Jade. Ja. Nein, nehmen wir auch mit. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Rast. Sehr gut. Und gehen da hinten mal weiter. Oder wir gehen auch nicht da hinten weiter. Ja. Gibt es irgendwie einen anderen Weg. Nicht so aus. Ähm. Aber da ist ein Weg. Und da unten. Wobei, schaffe ich es vielleicht, hier drüber zu springen? Lass das mal ausprobieren. Überleben? Warum? Oh. Oh. My, 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 what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps? The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. It outfoxed the cat. Then down came the claw. Then down came the claw. And that? Love. Was that? Was that? They do know how to ride them in Cormier, don't they? Well met. I am Raphael. Very much at your service. Uh. Yeah. Why? I never. You're paranoid, aren't you? Must be the surroundings. Rather bleak and lonesome. One feels so exposed. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Ähm. Was soll denn? Was zum... There. Middle of somewhere. Ähm. And deny you the honor of my hospitality? This is the house of hope. Where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on. Partake. Enjoy your supper. After all, it might just be your last. Ähm. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Es war so klar. Ja, wir brauchen aber keine Rettung. Oh, a mere trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little, with a tadpole in your head. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Ha, 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 ha. Such a tease. Hm. Glaubt mir, ich werde zuerst da und bringt mich zurück und danach würde ich euch nie wiedersehen. Yeah. By all means, bite the hand that feeds you, while you still have teeth. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? Okay. One might say, you're a paragon of luck. I'll be there, when it runs out. Okay, das war jetzt ziemlich random. Aber, nee, mit dem, mit dem Teufelpakt reingehen. Eigentlich wär's... Eigentlich wär's schon mal interessant, auszufinden, was passiert. Hm. It's packed two times. I'll need a shovel. I'll need a shovel. I'll need a shovel? Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. No, as for this Raphael. He knows our secret. He claims you can help. What do you make of him? Ähm, nö, ganz ehrlich, ich weiß nicht recht. Er ist ein Teufel. Wir können ihm nicht trauen. Ganz einfach. Aber eben, er ist ein Teufel. Und es ist nie schlau mit einem Teufel was zu machen. Ähm. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Ich glaube, ich bin hier fertig. Schaufel. Also, Inventar. Haben wir ne Schaufel. Seht nichts so aus. Hat irgendeiner ne Schaufel? Nö. Okay. Also, wie. Also, ja. Ich wollte es eigentlich mit dem Springen probieren. Komm mal hier hin. Äh. Springen, springen, springen. Spritten. Springen. Springen. Oh, es funktioniert. Neues. Oh ja. Karotte. Okay. Weiter mit. Weiter. Perfekt. Ähm. Okay. Ich fang jetzt nicht weiter. Also, gehen wir weiter da nach links. So, was interessant ist. Oh ja. Lagervorräte. Yes. Soll ich es kostenlos ist. Soll ich es kostenlos ist. Oh ja. Soll ich es kostenlos ist. Ähm. Was ist es hier? Ähm. Was ist es hier? Ähm. Ich weiß ja nicht. Später. Wir müssen jetzt einmal auf die Karte gucken. Uh. Wer kommt denn langsam näher? Oh. Nein. Okay. Okay. Es wäre zu viel, um zu hoffen, dass es nichts mit uns zu tun hat, würde es nicht? Du gehst eine Lebenszeit ohne einen zu sehen. Und dann werden sie dich nicht stoppen lassen. Oh, Moment. Das ist jetzt ein Gebirgs. Bist du deine Wehäuser! Ich versuche deine Inhalte zu den Anten bevor ich das mache, Istik. Das ist deine letzte Chance! Nein. Schau mal. Das war deine letzte Chance, Istik. Jetzt fang! Oh-oh. 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 Grafrika hat der Zutaten eingeäschert! Der ist doch nicht ungefährlich! Und wir tätschen den Dach und bloß den Kopf… Ähm. Ist doch bestimmt eine Dummeidee. Ähm. Ach du heilige. Lézel. Lézel. Proud. Regal, even. You will call me J'estil Kithrak. Vos. Knight Supreme. The Queen's Silver. The Queen's Sword. I am who you say. A geik vessel has fallen from the sky, Lézel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Vos seeks is the artifact that she carries. Her mind focuses. The Gith's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Take word to your Kresh. You are to join our search. Speak up child. Affirm your mandate. Ich habe einen eigenen Auftrag. Ne. Wir werden garantiert keinen Kampf anfangen. Die haben einen fucking Drachen. Ähm. Überzeugen mit den Lippe einem Befehl dann ja mitspielen. Ich probier's. Okay, das machen wir mit Bodhi. Oh Gott sei Dank. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lézel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the geik ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlackith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Vos's words. Wherever he flies, it is not to Vlackith. To Danos, to the sky. She'd auch sehr gern so'n Haustier. Hehehehe. Damn it all! You did well to intervene. Vexed as I am to admit it. The Jastil Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. All for the sake of the artifact that we carry. The creche is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Jastil Kithrak, will keep me from my purification. Okay, so, es geht in Richtungen, die ich nicht bedacht habe. Okay, ähm, ich will da eigentlich gar nicht hin, weil ich glaube, das ist einfach nur Stress, wenn wir da mit dem Artefakt hingehen. Ah. Warte, wir lassen das Artefakt im Lager, irgendwie so. Ich weiß es noch nicht. Ich muss jetzt aber ein bisschen nachdenken und schauen, wie wir weiter machen. Weil ich wollte eigentlich in den Tempel da rein. Spannend. Spannend. Ich würde sagen, wir lassen es mal. Jetzt an die Episode ist ja nicht schon wieder über die Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Tempel nach oben da. Und dann bis bald. Dir bald los geht. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.